Oh, das kann ich ja auch nicht ab, weil ich sammle auch dreimal in der Woche, wenn ich joggen gehe, sammle ich auf meiner Joggingstrecke immer Müll. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, vor allem nach dem Wochenende, wie voll das ist. Die Menschen schmeißen einfach alles auf die Straße. Was macht ihr quasi, wenn ihr so jemanden sehen würdet, der das direkt in dem Moment macht? Direkt auf die Fresse. Genau. Verbal natürlich. Verbal natürlich. Öh, aufheben. Ja. Oder der Klassiker, Sie haben da was verloren. Oh, der ist sehr gut. Einfach schön subtil. Aber auch bei Hundekacke. Ja, ich habe ja selber zwei große Hunde, die ich bemühe mich so zu füttern, dass sie nicht so viel feißen. Aber, ja, weh, es würde jetzt zu weit führen. Es gibt da Mittel und Wege jedenfalls. Wenn dann jemand seinen Hund kacken lässt und es einfach liegen lässt, dann sage ich immer, Entschuldigung, Sie haben keine Tüten, aber ich habe eine. Und dann sagen die, und dann sage ich, wissen Sie was, ich hebe es für Sie auf. Oh, das ist schön. Ja, weil ich hoffe, ich kenne ja die Menschheit schon und weiß, dass es nicht so ist, aber ich hoffe trotzdem auf so einen gewissen Lerneffekt, dass sie so beschämt sind. Zumindest, dass wir die Hoffnung haben, dass sie es dann das nächste Mal nicht machen. Wie oft bin ich schon in die Hundescheiße von anderen getreten, während ich die Hundescheiße meines Hundes aufgehoben habe. Das ist einfach so das Deprimierendste, was passieren kann. Das Hundescheiße-Paradoxon. Richtig. Bleiben wir bei dem Thema Hunde. Das passt ganz gut. Denn was ich auch nicht abkann, sind Menschen, die mir sagen wollen, wie ich meinen Hund zu erziehen habe. Ist mir letztens erst passiert. Schauen wir mal rein. Frida, Frida, hol den Stock. Hol den Stock. Komm schon. Frida, hol den Stock. Gar nicht. Frida, hier. Hier. Der hört nicht, oder? Komm schon, Frida. Ein Bruch-Support von den Ulf-Master, wa? Ja, so ist fein. Und gib mir den Stock, gib mir den Stock. Aus, aus. Entschuldigen Sie, junge Freunde, ich will mir nicht einmischen tun. Aber ich glaub, dass der Hund eine starke Männerhand bohren tut. Da können Sie probieren, was Sie wollen, kriegen Sie doch selbst. Ach, ist das so, ja? Das ist so. Dann guck ich mal, ob hier irgendwo eine rumliegt. Vielen Dank. Komm, Brida. Komm. Ah, da ist er, da ist er. Da bin ich verstanden. Brida! Ja, sehr gut. Ich sag, wie es ist. Die Männerhand, die suche ich immer noch. Aber kennst du das Problem als Hundemama auch? Ja, total. Aber das Gute ist, meine Hunde sind größer als Brida. Und einer ist ganz, ganz schwarz. Und Menschen haben wahnsinnige Angst vor schwarzen Hunden. Gott weiß wieso. Und die sagen aus der Ferne was, aber nie aus der Nähe. Also, weil sie nicht wissen. Ja. Aber ich hätte dem Typen gesagt so, ey, ja, Männerhände brauche ich für was anderes. Äh, auch gut. Sehr gut. Sehr gut. Wenn du willst, stell dich an. Ja, stell dich hinten an. Stell dich hinten an. Vielen Dank.